Die Ruine Strahleck Die Ruine Strahleck steht am nördlichen Ufer des Walensees auf dem Gemeindegebiet von Amten. Lange Zeit hielt man sie für die Überreste einer mittelalterlichen Burg. Allerdings wurde sie nirgends urkundlich erwähnt. Intensive Forschungen erbrachten 1960 jedoch den Beweis, dass es sich um einen römischen Wachtturm handeln muss, welcher im Jahr 15 v. Chr. unter Kaiser Augustus erbaut wurde. Zusammen mit den weiteren römischen Posten auf dem Biberlikhof bei Ziegelbrücke und Vorarmwald am Kerenzerberg bildete der Wachtturm in Bethlis ein Sichtverbindungsnetz. Teile des Mauerwerks stammen jedoch aus dem Mittelalter. Das heißt, der verfallene römische Wachtturm wurde wieder aufgebaut. Er diente den Habsburgern 1388 im Neffelserkrieg als Vorposten gegen die Eidgenossen und wurde dann von den Klanern erobert und zerstört. Der Turm verfügt über einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 10,4 m. Die Mauern ragen noch rund 6 m in die Höhe. Mittelalterliches Mauerwerk findet sich jedoch nur noch zuoberst auf der Westwand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017